Herzlich Willkommen zurück zu Assassin's Creed 2... äh Brotherhood Wir werden hier gleich akzeptieren, wir müssen das in wenigen 5 Minuten schaffen und das werden wir überhaupt nicht schaffen, deswegen werden wir jetzt... Müssen wir jetzt überhaupt lang Sooo... und jetzt? Oh, ich hab nur einen Ready, ey Muss ich lang Na, ich würd da sagen Äh, okay Was soll ich tun? Ich versteh's nicht Aber ich versteh's wirklich nicht Hä? Ich muss wahrscheinlich da rein schleichen Achso, hm... ich darf nicht entdeckt werden Okay Okay, gut Hm Hm, das auch noch in ganz wenig Zeit Hervorragend 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 Die haben mich doch gar nicht entdeckt Alter Wollen mich auch hier flaxen Ob das jetzt hier alles schon von der Zeit abzählt? Ich hoffe mal nicht Jetzt sind wir auf die schmutzige Art machen Das hätt sich irgendwie falsch angehört Was ist das? Was ist das? Hervorragend Das ist ein sehr besonders Das ist ein sehr besonders Ich würde mir ja mal Hervorragend So macht man das. Pente Silea! Verlass mich nie wieder. Ohne dich war ich verloren. Wirklich? Aber du hast mich doch gerettet. Ezio hatte einen brillanten Einfall. Hatte ich nicht. Es war die Idee eures Mannes. War es? Du bist mein Prinz. Den Titel muss ich mir verdienen. Wirst du? Hab Dank. Oh, Entschuldigung. Nein, ich will hier noch den Schatz plündern. Schnell! Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Ich habe vielleicht keinen Eindruck, was ich bekommen habe, aber ich habe es geschafft. Oh, noch einen Schatz, noch einen Schatz, schnell, 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 schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Ja! Naja, das war eine sehr aufricht schlechte Mission. um Jo muss sehen wie es jetzt weitergeht du ja genau der Schlüssel zu Burg äh der Schlüssel zu Burg Sequenz 7 Blasinuuninjaa 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 die die buu äh neue Gegenstände der auch von Eiteil waaau äh ja so bin ich denn hier bin ja okay wir gucken wir mal hier und die ganzen aufträge an ob ich hier vielleicht schon welche schaffen kann ich habe jetzt ein paar mehr Items ihr abhandelt im finsteren Tag so tue ich das Geschäftsauftrag mir fehlt immer noch eine Akku liebt Akku liebt fehlt mir noch der Qualitätsarbeit sucht er hat er gestritte der Wurst Waffe sind immer noch alle scheiße sie nähern sich aber so langsam ne was ist das denn für Heerführerstreitkolben das sieht ja geil aus das Ding kleine Waffe gibt es immer noch nur die Aufträge zwei Schrumpfköpfe fehlen mir dafür ein Tier für ja gut das Ding will ich sowieso nicht haben na gut das will ich genauso wenig haben dafür opfere ich das nicht na siehst du ne das Gefäß das das wir vorhin bekommen haben das haben wir gebraucht aber naja das Ding das bringt es ja nicht hier Treue ne das ist ähm das hier ist das das ist es naja und der ist auch der ist auch scheiße ich habe gerne geholfen kann man sagen was man will das ist scheiße äh kurz mal die Bank abheben ich fühl mich so nackig mit so wenig Geld da hab ich ihren Schirm umgenockt Junge und dir das geklaut oh sogar zwei in was geklaut äh pass doch auf haha so wie ich hier rumlaufe äh würde das äh durchaus zu mir passen so gemälde was hat denn hier so schönes gemälde ja komm hol ich mir mal schnell das hol ich mir auch mal schnell ha wie ich mit meinem Geld hier rumschmeiße was äh in der Karte kaum noch in der Schatz drohen Bürgerschatz drohen Händlerschatz drohen Händlerschatz drohen hm was ist das hier Adli 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 Schatz drohen ok zeigt die Standorte von Schatz drohen auf der Karte vom Bezirk Auftrag ähm ein Amber fehlt nur dafür noch jetzt wahrscheinlich meine ganze Map wieder voll von Schätzen also hier so aber sonst eigentlich und hier hm ok 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 diese Stiefel sind so hier was der so schönes für mich hat ich habe hier ähm auch noch nicht alles gekauft ähm großer Köscher kann ich mir nur mit dem Auftrag holen Kleider firmen was hat er hier so schönes na das will mal wieder ein bisschen anders rum laufen aber naja das jetzt nicht so toll ist und hier beiden umhängen ja lau ich mal mit dem hier rum äh ich will nix verkaufen ok Seite fehlt mir dazu und Katina Spüle ok ich habe bald mehr im Angebot macht euch nicht rar ja gut ne bei dem Umhang sieht man ja eh kaum unter Unterschied so wo sind jetzt eigentlich hier die neuen Quests da hinten dort ok hm was mache ich durch ich werde hier hin ich brauch den tun aber ich glaube da ist hier kein Port hier ist kein Port ne da ist auch keiner er muss ja hinlaufen die ist ja scheiße man 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 naja ok okay öhh äh öhh öhh wir so lang ungefähr öhh 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 und auf dem Weg wenn ich ehm es noch sehe würde ich gerne nochmal die Aufträge machen und skillverteilung und sowas das hat sich echt gelohnt die ganze mission kommt schon das packt ihr so und das schafft er selber perfekt und weiter geht's und da ist auch schon ach ja so und weiter geht's nach oben wahrscheinlich gibt so ein kill gerade mal so 5 xp deswegen dauert das so lange wenn überhaupt so dann wollen wir mal unsere ganze typisch ein bisschen der will das hat er uns ja eben schon alles gesagt richtig viele führer haben wir jetzt so dann geht es gleich weiter mit den aufträgen 61 könnte mit 76 aber 11 ep ach so quatsch das zeigt an wie viele wie man hat 68 prozent kann jetzt viel schlagen aber da machen wir sie eben noch mal das ist ja nicht schlimm dann gehen wir mal nach deutschland 98 prozent müsste aber noch schaffbar sein so ich teile es jetzt auf damit gleichermaßen jetzt keine quest zu 100 prozent schaffbar aber wir werden sie wir werden mindestens eine schaffen nein werden bestimmt mehr schaffen hoffentlich hoffentlich bitte ich will noch gucken ob es neue kodische an aufträge gibt bevor ich die aufnahme wände die folge und da bleibt nicht mehr viel zeit stell dich nicht so stell dich nicht so an junge mensch das sieht doch gut aus ich bin aus des bankiers schuld in eure geraten und dafür bin ich euch dankbar wisst ihr dass ich seit monaten in keiner taverne mehr war die möglichkeit etwas zu verändern sticht jeden umtrunk aus der senator erzählte gerade von den zusammenhängen an cesares hof maria sagte mir dass ihr die ausländischen botschafter getötet habt aber die nachricht von eurer tat darf cesare nie erreichen und die höflinge die sich mit den botschaftern trafen müssen ebenfalls weichen wenn ihr wisst was ich meine doch noch wichtiger der herführer prospero colonna wurde gefangen wenn ihr ihn befreit wäre das ein tiefschlag für die borgia es wird getan mein freund und also wieder neue aufträge b 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 fixture nun gucken wir mal auf die karte so viele sachen auf der karte so viele sachen ich glaube ich werde jetzt wieder ganz lange nichts machen doch werde ich ich werde ganz lange nichts machen bleibt ja ich habe ja eigentlich gesagt dass ich die schätze auf die machen wollen da war doch was das muss ich aber wirklich mal machen irgendwann also es nimmt ja schon viel zeit in anspruch aber man braucht es einfach nur die ganzen sachen die man dafür bekommt das wichtig aber das sehen wir in der nächsten folge bis dahin